Und da haben sie den damals Zuständigen, die hatten da, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß, jedenfalls hatten sie bei denen Weiterbildung und denen haben sie gesagt, dass mir das nicht auszureden ist. Ob denn da, und hat mal nachgefragt, ob denn da überhaupt Chancen sind. Und dann hat sie gesagt, ja, auf jeden Fall, er ist männlich, weil für diese Stellen bewerben sich hauptsächlich Frauen und wir brauchen eigentlich Männer.